okay ich bin gespannt ich sage euch ehrlich wir hatten letztes mal im stream darüber geredet viele haben gefragt gehabt was halte ich von sinan und keine ahnung dieser ganzen geschichte was da passiert ist ich sage euch so ich habe meine meinung dazu abgegeben ich meinte wenn es stimmen sollte dann ist gottlos aber keiner von uns war live dabei wir wissen am ende des tages nicht was da wirklich passiert ist und was nicht es gibt viele leute die natürlich den ein oder anderen was unter die schuhe schieben wollen so wenn die merken okay die sind vielleicht gerade mehr am kommen oder so kann sein dass man den dann irgendwie was unter die nase reiben will was jetzt genau passiert ist wissen wir nicht er hat ein statement hochgeladen deswegen wir schauen uns das einfach nur an und versuche einfach neutral darauf zu reagieren let's go jetzt liebe freunde was geht da bei euch ich hoffe euch allen geht es soweit gut ich wollte mich natürlich jetzt mal zurück melden mit einem statement aber natürlich auch mich noch mal gleichzeitig auch bei euch entschuldigen einfach für das erste statement was ich auf instagram ausgeballert habe das erste statement habe ich gesehen das war dann so ein bisschen okay er hätte er keins gemacht hätte hätte man sich das ist auch nicht übergenommen weil ich meine das erste statement das war so oft trocken einfach emotionen einfach hochgeladen gesagt ja jetzt kennt jeder mein so oder mein haben mehr leute gesehen mehr leute gesehen als irgendwelche leute streams haben und so deswegen also das statement fand ich auch jetzt nicht so wow wie es dazu gekommen ist erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz damit ihr so ein bisschen background ein bisschen einfach das ganze ding ein bisschen besser verstehen könnt ich hatte einfach sehr viel um die ohren ich war beim sport ich war am pennen ich stehe auf ich gucke mein handy rein plötzlich schießt mir so eine welle entgegen ich war mit der situation einfach total überfordert ich wusste nicht wohin mit meinem kopf wie sagt euch ehrlich das war sehr unangenehm für mich und dementsprechend habe ich aus dem effekt daraus einfach ein ding ausgeballert auf instagram und natürlich weiß ich dass das nicht zufriedenstellen war ist da kam keine infos dieses dieses statement war einfach der ganzen sache nicht gerecht lang dass man das ist das und dementsprechend mache ich jetzt hier das größte statement es tut mir auch leid dass es ein paar tage gedauert hat aber ich musste mir auch ein paar tage zeit nehmen nicht wegen des statement allgemein sondern überhaupt ich war mit der situation komplett überfordert ich musste tage lang zu hause das ding ist ich sag mal so ne mir geht jetzt mal davon aus ich mache jetzt nur als beispiel das ganze stimmt jetzt nicht oder ich will gar nicht wissen wie ekelhaft sich anfühlt wenn du zu unrecht beschuldigt wirst vor allem auf instagram und so digga ich kann mir vorstellen sein ganzer account wurde digga wurde bombardiert mit nachrichten mit digga du ekelhafter und keine ahnung was dies und das guck mal das ding ist viel handeln auch aus emotionen ich hätte mir auch ich habe mir auch in der situation gedacht okay wenn das jetzt stimmt der das ekelhaft weiß ich mein aber wir haben eigentlich gar nicht so weit gedacht so dieses thema ist sowieso ein abschau thema also das thema an sich ist sowieso dreckig und ekelhaft das kann man nicht befürworten oder so befürworten oder so wir haben halt einfach die meisten haben in der situation nicht so weit gedacht die wussten nicht okay ist das wahr oder dass das nicht wahr weil das video war ja selber auch geschnitten so man weiß jetzt nicht wurde da jetzt irgendwas zurecht geschnitten oder nicht weiß ich mein da kann auch viel aus dem kontext geschnitten werden tik tok ist sowieso die plattform damit sowieso der inhalt gar nicht komplett reingeschnitten sondern es wird nur das reingeschnitten was die person quasi in den schatten stellen kann und das kann auch sein dass genau so war in dem video weiß ich mein mieser rufmord wäre das 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 also rufmord wäre das auf jeden fall wenn das nicht stimmen würde aber wir schauen uns das weiter an nur jetzt einfach so als gedanken ding als gedankengang also sagen wir mal du bist unschuldig und du kriegst dann so eine welle ab das ist schon glaube ich nicht so ein nice gefühl das ist so bad vorstellen sicherlich ich habe ich habe eine mutter ich habe einen vater ich habe verwandte ihr könnt euch vorstellen was da also los war diskussionen telefonate digga allein nehmen wir mal das ding weg mit diesem kinder und keine ahnung was wurde mir wäre es auch unangenehm wenn irgend video auftaucht und mitteil wo man mein schwanz sieht weiß ich mein chef du hast ja auch mutter du hast auch familie du hast auch verwandte diese kindersache packt die zur seite aber allein dieser punkt bruder man muss bei solchen sachen aufpassen wieso lässt er sich denn da aufnehmen weiß ich mein wieso zeigt er sein gesicht okay ob freundin oder nicht bro ihr könnt euch alle immer noch privat treffen weiß ich mein das ist gar keine begründung so ich würde da ich sagte ehrlich ich würde da ganz ganz anders ran gehen ich würde sowas gar nicht erst machen so über facem und diese ganzen geschichten so weiß ich mein das ist viel zu viel angriff fläche die den menschen dann quasi bietet so ihr seid zwar zusammen aber stell dir mal vor irgendwann seid ihr nicht mehr zusammen dann hat man was gegen dich in der hand rechtfertigungen da bla bla also es hat von allen seiten gehagelt und ich musste das erstmal alles irgendwie bemerkstelligen deswegen seid ihr da bitte nicht böse wenn ihr es ein paar teile gewartet habt ja um auf das thema direkt einzugehen ihr wisst genau worum es geht es geht um dieses gesagte video dieses zusammengeschnittene komische video was über mich raus gekommen ist um auf den punkt zu kommen freunde dieses gespräch ja das habe ich mit meiner ex freundin geführt okay meine ex freundin mit der ich zwei drei jahre zusammen okay die hat auch übrigens das badeband bei der situation damals habe ich sogar noch mehr egal ich gehe nicht rechtlich vor ist mein kammer ich habe viel scheiße gebaut in meinem leben ich war lange im gefängnis ich habe vielen menschen unrecht getan habe ich ihn genommen ok meine mutter hat es gesehen alle waren enttäuscht alle waren traurig man sieht mich mit ihr wisst selber ja dieser anblick ist für verwandte und für menschen die einen lieben auch nicht schön okay aber ich habe es ihnen genommen ich habe mir gedacht egal vielleicht habe ich nicht anders verdient ich habe das mädchen vielleicht scheiße behandelt so ich habe nicht immer jeden menschen sehr gut behandelt und da habe ich mir gedacht egal ist mein kammer weil ich sage ich ehrlich freunde ich bin auch ehrlich zu euch also ich brauche euch nicht an so in meiner vergangenheit lief nicht alles noch perfekt schon lange im gefängnis die liebe die liebe bei in meinem leben war immer 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 so so lala während andere vielleicht eine schöne beziehung hatten ins kino gegangen sind wenn man da war ich in kalten gitterstäben und bin am austauschen gewesen und irgendwann als ich rauskam habe ich natürlich alles versucht nachzuholen ja ich habe meine bestätigung versucht bei weibern zu holen mein ego zu pushen und hast nicht gesehen ja und 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 ich habe mir gedacht egal ich habe verdient kein problem so jetzt zwei jahre später zweieinhalb jahre später keine ahnung kommt jetzt auf einmal so ein video zusammengeschnitten völlig aus dem kontext gerissen ja weil gewisse sachen die dort gesagt werden die sage ich ja das bin ich ja also es wurde auf jeden fall gesagt aber jetzt die frage ob das auch so gemeint ist oder halt wie gesagt nur zusammengeschnitten ist also man muss auch echt sagen wenn das die ex-freundin war dann hat sie sich auf jeden fall damit auseinandergesetzt wir mal video schneidet ist das dieses eine gespräch denke ich guck mir was ist das 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 passt das eine passt mit dem anderen nicht das eine passt mit meinen lippen gar nicht ist gar nicht synchron ist es ist zusammengeschnitten entweder aus voicemails oder aus anderen telefonaten ich habe sehr oft mit meiner ex von den dirty talk gemacht ja sehr oft dreckige sachen und ich bin auch so gerne ich bin kein kind von traurigkeit ich bin so bei sexuellen sachen ein bisschen wild drauf ja ich sage auch sachen vielleicht auch sachen die jetzt vielleicht nicht so korrekt sind aber nur dreckig halt ihr wisst was ich meine ich will jetzt nicht genau im detail gehen aber ich sage nur mal sachen die manchmal nicht vielleicht wo man nicht wo man denkt okay das ist ein abgeschossen okay da die katze aus dem sack geholt meine freund das ist ein privates gespräch zwischen mir und meiner freundin das hat nichts in der öffentlichkeit zu suchen okay das wollte ich niemals dass ihr das in so einem umfang und so einem ausmaß mitkriegt ja weil das ist ein privates ding und meine freundin übrigens hat auch kein kind ja aber sie hat keine kinder und umso unangenehmer macht das ganze thema hier ist es also das ganze thema ist für mich sehr unangenehm dass ich mit euch über mein privatleben über meine ex freundin sprechen muss über die situation sprechen muss in der ich mich befinde was mich wirklich auch sehr krass runter zieht weil es ist ich bin auch nur ein mensch ich bin nicht irgendwie aus aus metall oder so ich bin ein mensch aus fleisch und blut und weiß gott ich habe auch viele fehler gemacht ja aber das was man mir versucht zu unterstellen das weiß ich ganz ganz weit von mir weg das könnt ihr mit mir nicht in verbindung bringen denn das bin nicht ich ja sachen die ich gesagt habe die aus dem kontext gerissen wurden sachen die zusammengeschnitten worden sind aus anderen telefonaten oder aus anderen voicemails also man sieht doch ganz klar dass das zusammengeschnitten ist ja ich kann euch nicht zu 100 prozent sagen was aber immer schreibt rein der video ist langweilig ja man bruder der video ist echt langweilig welchem gespräch sowas nicht weil ich habe tausendmal mit meiner freundin telefoniert ja ich habe tausendmal mit ihr dirty talks gehabt sachen wie zum beispiel hol mal die kleine ja also kleines für mich ich wo mal die freundin rüber so ein talk haben wir voll oft gemacht und das meine ich ja auch bei der ein bei dem einen video was heißt ein video als im stream darüber geredet haben habe ich auch gesagt werden klein kann jetzt auch gemeint sein im sinne von hol mal die freundin rüber so aber dann war das halt das war schon sehr gut zusammengeschnitten wenn man ehrlich ist hol mal die kleine rüber ich dir oft ihre hand und die kriegt doch eh nichts mit die checkt das nicht weil ich meine da kann man das aber auch schon so quasi wie sagt man das kann man jetzt auch so bewerten so im sinne von das ist ein kleines kind die kriegt ja nichts mit weiß ich meine die ist auch nicht alt genug um irgendwie zu verstehen was da abgeht der ist schwierig es ist wirklich schwierig also entweder ist es halt passiert oder es ist halt nicht passiert so und wenn es nicht passiert ist und da irgendeine person denkt ey komm ich wisch den 1 drüber so dann ist das schon echt eine herzlose person denn so was ist schon ekelhaft scheiß mal auf den aspekt dass irgendwelche leute im internet das glauben oder du hast familie du hast verwandte du läufst durch die straße und die leute haben dann ein ganz ganz anderes bild von dir die sehen dich und denken sich ey das ist irgendein pädophiler und keine ahnung was weiß ich mein also mir wäre schon unangenehm wenn man da einfach so meinen genitalbereich sehen würde auf ganz youtube oder tik tok keine ahnung was aber dann noch mit so einem ruf dann durch straßen zu laufen ist noch ekelhaft da weiß ich mein deswegen die leute denke halt in der hinsicht nicht weiter du hast problem mit ihm du willst ihn vielleicht eins auswischen aber dann auf eine ganz andere art und weise weiß ich mein aber nicht mit mit so was was sein ruf und sein ganzes leben zerstören könnte das bezieht sich halt darauf wenn ich sagen würde ey oder wenn es fällt wirklich nicht stimmen würde das rollenspiel ist es dieses dreckige einfach was für nun er jetzt eine frage chat pfeift meine nase jemand schreibt rein deine nase nur am pfeifen pfeif sohn ok doch ein bisschen oder wenn ich jetzt zum beispiel wie gesagt habe was war die check doch eh nix immer denkt man ein bisschen nach gerne ich habe ja vielleicht in einem anderen gespräch gesagt lass mal irgendwas machen gesagt ja geht nicht meine mutter sitzt neben mir und da ja geht doch mal andere zimmer die check doch dann eh nix beispiel ja nicht nur sagen dass man gewisse sachen einfach sich so schneiden kann wie man will gerade wenn man eine lange beziehung hat gerade wenn man lange kontakt hat hat man voicemail hat man telefon hat und ich weiß ja gar nicht was wann hat die was von mir aufgenommen deswegen sage ich auch immer soll man in solchen situationen aufpassen hat guck mal du bist mit deiner freundin zusammen du hast eine freundin ihr habt eine beziehung da gehören gewisse sachen dazu so aber bro sowas wie dirty talk und keine ahnung was und facetime und sich dabei ein keine ahnung was bro ich sagte ehrlich digga wofür weiß ich mein wofür denn so ich werde sich zu krass darauf eingehen soll aber man sieht sich doch auch mal in echt oder nicht und das ist dann einfach nur angriffsfläche und wenn du dann weiß du bist person des öffentlichen lebens du hast einen ruf quasi im internet dann würde ich das gar nicht erst riskieren weiß ich mein versteht ihr ungefähr was ich damit meine wenn es zusammengeschnitten ist dann selbst haben geschnitten ja sehr gut zusammengeschnitten das meine ich und du weißt halt auch nicht wie die leute drauf sind so es gibt da einfach die perfekten beispiele die waren wohl in der beziehung sind nicht mehr in der beziehung guck mal bitte was die ex-freundin jetzt macht weißt du deswegen bei sowas da hast du halt einfach nicht zu schnell vertrauen diesen menschen vertraut warum nimmt die mich auf ich könnte doch genau so jetzt sachen vor dir liegen ich habe auch videos im bett mit meiner perle gehabt und hast nicht gesehen aber liege ich sowas was habe ich denn davon so was würde ich niemals machen und ich habe zum beispiel jetzt so wenn ich ein foto von mir mit meiner freundin im bett gemacht habe oder ein video das habe ich ja nicht gemacht aus dem aspekt da irgendwann werde ich das liegen oder die ihr leben zur helle aber da habe ich auch nie verstanden oder warum denn da mache es also warum machst du dann das video aber anscheinend hat sie das so gemacht ja mich ich hätte einfach schon dieser aspekt dass vielleicht jemand anders an deinem handy ist vielleicht durch deine galerie geht und dann auf einmal das video sieht das würde mir einfach schon zu sehr angst machen weil ich mein da bin ich zu paranoid digger facetime aufzunehmen oder sachen zusammenzuschneiden um mir zu schaden ja all die sachen die ich in dem gespräch gesagt habe egal was ich gesagt habe die haben nichts rein gar nichts mit den anschuldigungen zu tun die im raum stehen okay ich weise das ab von mir und ich möchte mit sowas auch nichts zu tun haben ich distanziere mich ganz klar ich distanziere mich obwohl ich gar nichts gemacht habe aber ich distanziere mich trotzdem für euch damit ihr das auch wisst bis zu einer grenze denkt man sich ralas mein karma ist okay aber wie oft soll das wie lange soll das weitergehen kammer 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 das ist jetzt so weit gegangen entschuldigung freunde das ist so weit gegangen dass selbst ich auch irgendwann jetzt rechtliche schritte eingehen also da sagt ihr so so oder so ne ich sage euch ganz genau wie ich vorangehen würde wenn ich jetzt ex freunde hätte und die macht genau sowas die zieht genau sowas durch und die will meinen ruf kaputt machen im internet keine ahnung was bro ich würde safe zur polizei gehen das klingt jetzt einfach gesagt so aber ich würde das echt rechtlich machen weil bruder man man hat vielleicht problem man geht vielleicht nicht im besten auseinander aber dann klärt man das privat weil das in der beziehung war ja auch privat miteinander weiß ich mein und das hat einfach in der öffentlichkeit nichts mit das hat in der öffentlichkeit einfach überhaupt nicht zu suchen so wenn es dann irgendwelche sachen liegt bro das ist schon ekelhaft ich meine anwalt also meine anwältin anrufe und sage ey was können wir da machen was ist denn das alter ich habe dann über meine anwältin rechtliche schritte eingeleitet ja in jeglicher form was die ermittlungen jetzt von sich also was was das resultat der ermittlung ist kann ich euch in diesem moment nicht sagen aber es wird ermittelt gegen diese person dieses video zusammengeschnitten hat wir werden gucken was sache ist hat die das veröffentlicht hat das vielleicht ihre freundin veröffentlicht hat dass ihr neuer freund veröffentlicht ich weiß es nicht ich lasse da die polizei ihre arbeit machen okay wenn es so sein sollte dass ich euch informieren kann über neue sachen in diesem bereich wenn ich das mit euch auf twitch machen okay ich bin auch nicht unschuldig freunde okay ich will auch hier gar nicht sagen ich bin unschuldig ich war dumm ja ich war naiv dass ich überhaupt facetime mache ich bin eine person des öffentlichen lebens ich verstehe das voll und ganz im nachhinein natürlich in dem moment ich habe doch ein mensch vertraut ich denke ja nicht daran ich bin jetzt wenn ich mit meiner freundin rede ich bin ich mit meiner freundin rede denke ich ja nicht ich bin synergy die redet mit seiner ich bin ein normaler typ ich bin zu hause für ein mensch in einem mann und ich gehe nicht davon aus ich bin ein artist ich bin bekannt ich unterhalte die leute seit über zehn jahren ich bin immer freundlich ich mit mir kann man immer lachen nein doch nicht gedacht ich habe einfach nur gedacht dass meine perle und wir haben jetzt gerade spaß an nichts anderes habe ich gedacht ich wollte niemals irgendeinen menschen verletzen ich wollte kein von euch enttäuschen ich wollte niemals irgendwie meine familie enttäuschen den mit denen ich gerade voll das komische verhältnis habe wegen dieser sache weil ihr seht nur mal das was ihr gesehen habt das ist ja das ding also es ist schwierig ne also ich sagte ehrlich wenn wenn wir mal so ein video wäre von mir jetzt aufgetaucht ne ich rede immer gerne aus meiner perspektive sagen wir mal das wäre jetzt aufgetaucht bro ich weiß nicht mit welchen augen ich meiner mutter in die augen gucken würde ne also mit welchem gesicht das wäre mir einfach unangenehm und ihr wisst nicht wie okay wie sollte das ganze angehen was denkt jetzt eure mutter über euch natürlich eine mutter sieht euch jetzt immer noch mit den gleichen augen so gefühlt aber sie denkt sich auch schon so digga du dreckiger du dreckiger was hast du gemacht okay und das meint ihr das ist für mich einfach es ist nicht einfach für mich ganzen menschen sehen was ich da mache vermeintlich sachen sage meine mutter hört wie ich mit einer frau rede oder mein vater denke ich immer so und ich kann nachvollziehen ich kann verstehen dass gewisse leute sich darüber aufgeregt haben und das zum aufschrei gebracht haben und wissen wollten was geht da ab ich kann das nachvollziehen bis zu einem punkt ist es auch okay man muss dem nachgehen so wie das geschnitten ist ich meine man weiß es ist geschnitten es ist irgendwas ist fake daran man sieht es man hört es dennoch werden komische sachen gesagt und deswegen kann ich das auch nachvollziehen dass gewisse menschen sich dafür einsetzen aber was ich nicht nachvollziehen kann ist wie wenn ich zum beispiel sage hol mal die kleine aber andere influenza oder instagramer wenn die darüber reden und sagen ja der hat doch gesagt hol mal die doch da das ist einfach das ist weiß ich weiß das ist ein sinn weil ich verstehe was er mein damit im sinne von die anderen quasi das ganze ganz komplett falsch ausgedrückt weiß ich mein man kann ja sagen okay vermuten so und so aber die haben das halt dann quasi komplett umgedreht gerüchte verbreiten mein wortlaut verdrehen das habe ich nie gesagt ja und meine meine ex freundin hat auch kein kind und ich habe auch nie gesagt hol mal eine tochter oder irgendein scheiß okay und ihr müsst mich auch ein bisschen verstehen ich bin angepisst ich bin angepisst traurig ich bin frustriert alles alles in einem gerne meine komplette welt als ich war am gas geben ich mache highlight kanal für euch ich die streamen für euch ich investiere zeit ich mache und tue damit wir alle spaß haben und von heute auf morgen plötzlich scheiß man da rein zwei drei jahre später innerhalb von einer woche innerhalb von den ganzen tagen wo wir die ganzen sachen machen streaming wo alles gut läuft geht alles als ob irgendeiner als ob einer einer so eine wie solche vergleichen als ob einer so eine sanduhr gedreht hat oder die steine fallen auf in die andere richtung plötzlich ich war völlig hin und weg so und jetzt trete ich mit dieser visage alter meiner mutter gegenüber wenn ich nach hause komme wisst ihr was ich weiß nicht wie ich das erklären was für ein gefühl das ist so und es ist für mich nicht einfach und normal kann ich nicht jeden zufrieden stellen ja ich mache jetzt morgen ein statement ja ich sag ich tue jetzt das ja morgen weiß dass es traurig ist bei sowas das habe ich auch damals zu der thematik gesagt mit samra als er quasi auch nikah irani und samra und diese ganze thematik habt ihr auch alle mitbekommen da habe ich auch immer gesagt so ey deswegen bin ich bei sowas mal ganz empfindlich irgendjemand setzt das in die welt zum beispiel auf tik tok mit ey der ist pädophil oder der hat die sexuell belästig keine ahnung was die leute kriegen das mit machen sich ihre meinung und haben dann eine meinung quasi so aber die kriegen dann meistens oder nicht jeder kriegt dann quasi das statement von der person mit sagen wir mal jemand sieht sinan jetzt als pädophil als beispiel so wie wir das jetzt alles mitbekommen haben so ne die haben das video gesehen denken sich okay sinan ist pädophil die gehen jetzt davon aus stell dir mal vor der schaut jetzt aber das statement nicht der denkt dann bis heute immer noch auch wenn die sache geklärt ist der ist pädophil weiß ich meine das heißt auch wenn du ein statement machst und das ganze versuchst von der erde zu schaffen vom tisch zu wegen gibt es immer noch irgendwo leute die immer noch das falsche bild haben und wenn die dann irgendwann auf der straße rumlaufen die die das wird sich immer wieder rum sprechen weil ich mein deswegen finde ich solche sache immer ganz ganz gefährlich und man muss bei sowas mal viel viel weiter denken wenn es um ruf geht oder sowas ist ekelhaft und wenn dann menschen bereit sind einen ruf zu zerstören dann haben die einfach kein gewissen sehen die einfach diese konsequenzen nicht oder die die sehen die konsequenzen und wollen dass es so weit kommt weil ich bin auch nur ein mensch ich musste mich paar tage zurückziehen und erst mal klarkommen was ist hier überhaupt sache was was ist jetzt schon wieder los so und ich sage euch noch mal bitte auch wenn ich es mich wiederhole alles was ich dort im gespräch sage dieses komische zusammengeschnittene gespräch er schreibt wir werden halt wirklich niemals die weit erfahren wir können uns 100 statements dazu angucken jeder hat sein argument für sich aber wir können nur mutmaßen in den meisten fällen das ist das ding das ist auch immer das komische an ganzes statement so wir wissen nicht ist das jetzt die wahrheit oder hat man sich da jetzt für vorbereitet und liefert einfach das statement ab und wir glauben es weiß ich mein das ist das ding also wir können jetzt nicht zu 100 prozent nachvollziehen was ist zu 100 prozent die wahrheit das werden wir niemals herausfinden chat wir können uns zu seiner sicht anhören und vielleicht machen die einen sachen sind vielleicht machen die anderen sachen nicht sinn weiß ich mein deswegen das ist immer sehr sehr schade wir haben leider nicht irgendwie so ein bericht wo steht okay dass die hundertprozentige wahrheit schwarz auf weiß das wäre geil egal was ich da gesagt habe egal wo wann ich was gesagt habe das hat nichts mit den anschuldigungen zu tun die im raum stehen es hat gar nichts damit zu tun ja wenn ich ich habe genug perverse sachen zu meiner perle gesagt schon genug sachen ihren kopf geworfen in der beziehung also weiß der geier was ich alles in meinem leben schon gesagt habe was auch vielleicht nicht korrekt war so aber letztendlich will ich euch sagen es hat nichts mit diesen anschließungen zu tun ich verstehe die gewissen leute die natürlich fragen stellen ich verstehe das ist auch gut so dass man diesem thema nachgeht deswegen mache ich auch dieses statement um klarheit zu verschaffen damit leute wissen okay so ist es und ich bedanke mich jetzt schon mal bei jedem der dieses video bis ende schaut jeden der mir eine chance gibt mich anzuhören ja was ich aber nicht verstehe und nicht gut heiße sind die menschen die meine worte doppel und dreifach verdrehen ja die einfach das thema nutzen um sich selber zu pushen janine wie krank ist das so ein thema was sehr sensibel ist und was auch wichtig ist auszunutzen für die eigene agenda für den eigenen push für ich weiß der geier was aber ich möchte das jetzt nicht vertiefen weil darüber über solche sachen können wir im twitch sprechen über leute die telegram gruppen erstellen die leute die diese die die gestern noch mit ihrem tisch gegessen haben die am nächsten tag plötzlich auf die schießen ohne dich anzurufen ohne dich zu fragen hey bro da ist ich glaube da meint der manuel sind irgendwas komisch an diesem telefonat irgendwann stimmt da nicht kannst du mich kurz aufklären nein ich war sofort schuldig sofort ist story wurde gegen mich geschossen ohne mich anzurufen mir wurde entfolgt ohne mich zu fragen ohne überhaupt ist es wurde einfach nur ein stempel gesetzt und das finde ich sehr traurig über diese einzelheiten können wir natürlich in twitch reden ich werde eure fragen beantworten ihr könnt unter diesem video fragen stellen dies dass eure meinung dazu geben alles kein problem habe ich kein problem aber man darf an der schuldigung an der stelle darf man aber auch nicht vergessen es gab es natürlich auch einige leute die das neutral betrachtet haben die auch wirklich inne gegangen so gesagt haben okay irgendwas stimmt da nicht so 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 deswegen danke auch noch mal an russ dass du mir den rücken gestärkt hast es gab es noch ein zwei andere dieses auch gemacht haben sorry wenn ich jetzt die namen nicht ging jetzt habe ich bin aber jetzt gerade auch ein bisschen aufgewühlt ich rede mir gerade natürlich den scheiß von der seele ja weil ich doch die letzten vier fünf tage das so in mich getragen habe seid mir da nicht böse da können wir noch mal im twitch stream noch mal darauf eingehen aber wie gesagt freunde ich bin kein kind von traurigkeit ich bin auch nicht unschuldig in allem ja wie gesagt ihr habt meine meinung dazu gehört so wir werden die wahrheit niemals erfahren wir werden niemals wissen was ist jetzt die hundertprozentige wahrheit wir haben uns das statement jetzt angeguckt schwierig also wie gesagt ich wünsche das keinem also ich wünsche keine menschen dass ihm irgendetwas zu unrecht untergegubelt wird damit man seinen ruf kaputt machte jetzt wünsche ich überhaupt keinen menschen digga weil vor allem wenn man personen zu öffentlichen lebens ist wo es geht so schnell digga es geht so schnell digga ich habe auch schon so viele situationen gesehen auf tiktok wo mir irgendwie was untergegubelt wurde zum beispiel auch mit hier das hatten wir einmal sogar bei tiktok cringe folgen drin ich habe digga gesagt digga und dann schreibt irgendjemand dennis droppt die n bombe im stream wo ich mir denke bro hört ihr das video doch mal an und ich gucke kommentare ich denke mir so bruder sind bin ich jetzt blöd digga will ich jetzt höre ich hier was falsches oder habe ich das wirklich gesagt und dann schreiben alle in die kommentare rein ja clickbait keine ahnung was der digga gesagt und so weiß ich meine also es gibt immer irgendwelche leute die irgendwas suchen um die quasi zu schaden aber man muss da drüber stehen man darf sich da nicht runterziehen lassen und deswegen weiß jetzt nicht was ich weiter dazu sagen soll meine meinung habt ihr und ja auf den ergibt es nicht wie geht es euch alles gut damals perfekt